Hallo und Willkommen heute wieder bei mir. Mir sind so einige Dinge jetzt die letzte Zeit durch den Kopf gegangen. Ich war heute wieder ein paar Stunden an der frischen Luft, Natur, Schnuppern, auch wenn es ein bisschen geregnet hat. Aber das ist kein Grund an die frische Luft zu gehen. Es war nicht an die frische Luft zu gehen, was mich so die letzte Zeit beschäftigt hat und so weiter. Ja, wo soll ich denn anfangen? Ich habe jetzt eine kleine Liste geschrieben. Diese Liste beinhaltet zum Beispiel Mindestlohn für alle. Wir alle haben das Recht auf mindestens, ich sage, das ist jetzt nicht übertrieben, absolut nicht übertrieben, aus 16 bis 17 Euro Mindestlohn. Warum? Mieten erhöhen sich. In Großstädten sind die Mieten kaum bezahlbar. Da muss man in einer 2 x 2 K Bucht WG wohnen, damit man überhaupt noch mal die Miete bezahlen kann, teilweise. Energiekosten erhöhen sich, Benzinpreise, ihr wisst es doch alle. Lebensmittelkosten erhöhen sich enorm. Man kann das Zeug doch kaum bezahlen. Es wird alles unendlich teuer. Aber was bekommen wir nicht? Eine Lohnerhöhung. Der Lohn bleibt gleich. Was passiert sogar, wenn man sich irgendwo neu bewirbt? Die asozialen Arbeitgeber wollen einen dann noch als Helfer einstellen, obwohl man eine Fachkraft ist und wollen dann noch weniger bezahlen. Von was soll man noch leben? Irgendwann gehen wir nur noch zum Finanzamt und die machen uns einen Stempel von hinten drauf Gas und Wasser abgestellt, damit wir überhaupt noch leben. Das muss ich ändern. Jeder, der keine 16 bis 17 Euro die Stunde verdient, hat das Recht darauf. Ist meine Meinung. Der zweite Punkt. Kürzungen der Gehälter der Politiker. Es kann nicht sein, dass diese Kunstbanausen in meinem Auge, die inkompetent sind, die nicht wissen, was wir Menschen, die draußen tagtäglich das Leben durch Leben aushalten müssen, finanziell und auch was wir belasten müssen, wie wir unsere Familie ernähren können und so weiter. Es kann nicht sein, dass die alles in den Arsch geschoben bekommen. Die haben jetzt sogar eine Gehaltserhöhung bekommen, eine enorme Gehaltserhöhung. Ich habe keine Gehaltserhöhung bekommen dafür, dass ich den meinen Untertanen das Geld aus der Tasche ziehe. Ja, denjenigen sollte sogar bis zu 80 Prozent weggenommen werden. Und diese 80 Prozent jeden einzelnen Politikers müsste in das Volk reingesteckt werden. Meine Meinung. Die sollen wir genauso arm leben wie wir. Dann, dritter Punkt. Die Politiker ohne Abschluss. Es gibt nachweislich zumindest mindestens fünf Politiker, die entweder überhaupt keinen Abschluss haben oder Studien- oder Abschlussabbrecher sind. Es kann nicht sein, dass solche inkompetenten Halbaffen mit Halbwissen uns mit ihren Scheiß belästigen und über unsere Köpfe hinweg entscheiden. Das geht gar nicht. Dann sollen sie doch lieber kompetente Fachkräfte und unerfahrene Kräfte in die Politik lassen, die genau wissen, was hier draußen in der Welt passiert. Anstatt irgendwelche Spinner. Oder irgendwelche Kinder, die irgendwo rumbrühen. Ich habe das ganze Jahr keinen Urlaub gemacht. Jaja, vor zwei Wochen war es im Urlaub. Ihr wisst schon, wen ich meine. Solche Lügnerinnen eben. Das geht gar nicht. Zum Beispiel. Ja, geht nicht. Der vierte Punkt. Im muss ich auch erinnern. Achtet doch nicht immer auf das, was irgendwo schriftlich steht. Achtet doch mal auf die Erfahrung eurer Mitarbeiter, eurer Bewerber. Die haben viel mehr drauf, als sie eventuell auf dem Papier haben. Mir ist sehr oft aufgefallen, dass Firmen lieber einen inkompetenten Arbeitnehmer haben wollen, wo auch so ein Stück Toilettenpapier hat, wo draufsteht, du bist Fachkraft. Du bist Führungskraft. Du hast irgendwann mal einen Abschluss gemacht. Hat aber null Erfahrung. Keine Kompetenz. Gar nichts. Der kriegt die Stelle. Der sitzt sich da seinen Arsch breit und freut sich natürlich. Kann dirigieren. Muss nicht machen. Hat aber keine Ahnung von der Materie und schikaniert seine Mitarbeiter. Setz doch lieber jemanden ein. Er muss nicht unbedingt das Schriftliche haben. Er muss nur das Herz und die Seele haben und vor allem die Erfahrung haben, diese Stelle auch zu besetzen. Fünfter Punkt. Ein Ende mit der Diskriminierung und Ausgrenzen. Was mache ich damit? Wir haben es jetzt so Carolas oder Corinnas Zeiten erlebt. Alle, die eben der Meinung waren, ich möchte da nicht mitspielen, weil ich habe, ich kann frei denken, wurden von irgendwelchen bestimmten Bevölkerungsgruppen, die eben obrigkeitsgläubig sind, so nenne ich die mal, ohne beleidigen zu werden, ausgegrenzt, diskriminiert, beleidigt, beschimpft, gar mit Gewaltdaten bedroht. Wie nennt das unser geliebter Staat? Solidarität. Solidarität bedeutet hier in Deutschland, du darfst jemanden, der anderer Meinung ist als du selbst, diskriminieren, ausgrenzen, verprügeln, erschlagen, ermorden, solange es der Gemeinschaft gut tut. Hallo? Solidarität ist die Ausrede jeder Diskriminierung und Ausgrenzung die letzten zwei Jahre gewesen. Das muss aufhören. Auch viele soziale Träger begeben sich auf diesen falschen Weg der Ethik. Und auch diese Träger müssen auch mal klar denken, niemanden auszugrenzen, nur weil er vielleicht mal nicht geimpft ist. Aber nur weil er eine Maskenbefreiung hat. Es ist ein Mensch und nicht das und nicht das, ein Mensch. Seht doch mal den Menschen dahinter. Behandelt ihn doch mal wie ein Mensch. Diese Person hat eine andere Meinung als du selbst. Ja, es ist ein gutes Recht. Er darf es. Meinungsfreiheit nennt man das zum Beispiel. Steht auch in den Menschenrechten drinnen. Ja, lesen kann ich keinen Vorteil, liebe Menschen, die eben andere Menschen nur ausgrenzen, diskriminieren und sonst was machen, weil sie eben obrigkeitsgläubig sind und denken, sie werden Götter. Ja, das ist dieser Missbrauch von Solidarität. Und der letzte Punkt ist zum Beispiel, Deutschland schickt zum Beispiel Waffen in den Krieg. Gerade wir sollten uns da zurückhalten. Ich bin kein Freund Waffen in den Krieg zu schicken. Wenn die Ukraine Forderungen stellt, wir wollen Geld, wir wollen Waffen. Ehrlich, dann macht eure eigenen Waffen. Wir führen nicht euren Krieg. Das, was wir machen können, ist Medizin hinbringen, Lebensmittelversorgung, Klamotten, Decken und so weiter. Hilfsgüter euch helfen, eure Verwundeten und eure physisch und psychisch Kranken durch den Krieg eben zu versorgen. Das wäre doch was Sinnvolles. Und nicht gleich eine Granate mal jemandem zu schenken, der mal jemanden anderen ermordet. Wofür denn das hin? Ein Toter zum anderen Toten, nur weil keiner aufgeben möchte? Sag mal, denkt doch mal drüber nach. Also ehrlich, anstatt euch alle die Köpfe abzuhacken, kümmert euch mal darum, wie ihr euch gegenseitig helfen könnt. Das ist meine Meinung. Ich weiß, auf dieses Video werden gleich wieder bei Hater kommen und bei Spinner mit Halbwissen, die mir wieder sagen, ja, da geht doch alles gar nicht so. Doch, es geht. Man muss es nur wollen. Ja, das war mein Video zu diesem Thema, was mir heute so durch den Kopf gegangen ist. Ja, bis da noch viel Spaß und Tschüss. physissenschaftlerleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleleれ,